. Kevin Großkreutz, Weltmeister, 2014, hat mit dem BVB Pokale gewonnen, ist auch noch Preispräger des goldenen Umbertus und ist jemand, der uns sehr, sehr eng verbunden ist. Und ich konnte ihn für mein Team gewinnen. Und das sind genau die Typen, die diese Show brauchen. Es ist eine Ehre, dass ich dabei sein darf. In Amerika war ich noch nie und ich habe mich natürlich riesig gefreut. Das erste Mal durch Las Vegas ist wie ein Traum. Die ganzen Lichter, die Häuser und die Atmosphäre. Einfach ein geniales Erlebnis. Dann habe ich von Klaas eine Sprachnachricht bekommen. Lieber Kevin, wenn meine Berechnungen stimmen, müsstest du gerade in einer Limousine sitzen und die Lichter der Stadt genießen. Das hat genau jetzt ein Ende. Denn du bist nicht zum Sightseeing hier, sondern um eine Aufgabe zu erledigen, die einiges an Konzentration und Körperbeherrschung erfordert. Begib dich dafür ohne Umwege direkt in den Club Madrid. Dort erfährst du alles Weitere. Ciao Kakao, dein Klaas. Dann sind wir irgendwann mit der Limousine vor dem Hotel angekommen. Man kennt ja die Sendung und man denkt, was kommt da jetzt? Was musst du machen? Ja, dann bin ich in so einen Raum reingegangen, sah aus wie so ein kleines Theater. Man befürchtet das Schlimmste. Dann habe ich eine Frau gesehen. Hallo Kevin. Wow. Hallo. Sie sah so ein bisschen aus wie die Oma von Wonder Woman. Ich bin sehr glücklich, dass du hier bist. Hallo. Ja. Wer sind sie? Ich bin Silvia Silvia. Wer ist diese Frau? Das ist Grandma Silvia Silvia. I shoot with crossbows. With Ambrose. Das hat ihr Hobby. Waffen. Hast du auch ein Hobby? Das ist eine Spanierin, die ist irgendwann mal nach Las Vegas gekommen und die ballert gerne rum. Die schickt es auf sich selber auch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Klasse hielt mich, um euch diese Herausforderung zu machen. Um etwas sehr, sehr spezielles zu machen. Okay. Was für eine Challenge hat er mir gegeben? Oh, du musst einen Apfel auf deine Kopf legen. Und ich schiebe auf die Apfel. Nur nochmal für mich. Also wie bei Wilhelm Tell soll ihm da ein Pfeil durch die Rübe gejagt werden. Ach. Nicht durch die Rübe, durch den Apfel, den er auf dem Kopf hat. Und das Schütteln hat niemals für jemanden mehr als ich gemacht. Kevin ist der erste, der es versuchen wird. Also ich musste sehr leicht sein. Okay. Also er ist der erste Normalo, der das jetzt ausprobieren darf. Ja, richtig, genau. Cool, ne? Nee, gar nicht cool. Okay. Damit er dann auch mal sieht, was da so auf ihn zukommt, habe ich jetzt die Oma Silvia mal so einen Probeschuss machen lassen. So, Kevin. Look. This is you. This is the Apfel. So, we're going to do it for you. Like that you see what you're going to do. Okay? Okay? Okay. Er ist der fucking Erste außerhalb der Welt von ihr, der sich da hinstellt. Und am Ende ist Kevin Großkreuz im Versuchs kann nichts zu tun. Aber was sagst du denn für Worte? Okay, Kevin. What do you think? Was eine Scheiße. Kevin, was hast du dir da angetan? Und dann hat sie die Armbrust nochmal genommen, einen neuen Fall reingepackt. You see, Kevin? This is going to happen if you don't stay still. Ah, was soll man denn jetzt machen? Musst du mal überlegen, ey. Ey, Alter, das ist, das macht mir Angst dazu zu gucken, weil das ist alles echt. Das ist genau so, wie du siehst passiert. Ja, aber Las Vegas Show und so, man denkt immer, das ist ein Trick, das ist kein Trick. Ich lüg dich doch nicht an. Zu dem Zeitpunkt wusste ich überhaupt nicht, ob ich das machen sollte, weil das alles unseriös aussah. Das ist einfach zu gefährlich. So, Kevin, these are the arrows we're going to use for the shooting. Okay. So, you see, they are aluminum arrows. Dann hat Sylvia mir gesagt, dass es nicht nur eine Armbrust ist. We're going to use eight of them for the shooting. Sondern eine Kettenreaktion aus acht Armbrüsten. Acht Armbrüsten? Ja, genau, hatte ich nicht gesagt, ne. The last one, number one, will go to your apple. So, this is a dangerous shooting. Also, sie schießt es los, ja, die erste Armbrust. Es geht dann auf so eine Zielscheibe, da ist ein Trigger drin, der löst wiederum die nächste Armbrust aus, so ping, pang, pang, pang. Und nur der letzte Fall geht dann in den Kopf von Kevin Großkott. Äh, in den, ähm, in den Apfel. In den Apfel, natürlich. I don't want to scare you, just want you to make sure you know what you're going to do. Ja, die Spitze ist schon, ja, ist schon Wahnsinn. It's a really dangerous arrow, it's a weapon. Hauptsache nur, der Apfel wird getroffen, ne. Aber wenn der natürlich jetzt ein schreckhafter Typ ist und irgendwie so macht, ne. Ja. Alles gut, alles gut. So, think about it. Okay? Okay. Man muss stillhalten. Das ist das Allerwichtigste. Und man muss das Stillhalten eben auch üben, weil sonst wird's gefährlich. Für den finalen Test, ob er wirklich bereit ist für die Aufgabe, habe ich einen Spezialtrainer engagiert. Ja, es war nicht einfach, stillzuhalten. Das Stillhalten hat geklappt. Training ist beendet. Jetzt wollen wir mal sehen, ob er das macht. Jetzt wollen wir mal sehen, ob er das macht. Ja. 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 Oh. Ja. 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 Du weißt, du bist die erste Person, die das zu tun hat, nach mir. Oh, okay, das ist eine Ehre natürlich. Das ist Wahnsinn und unverantwortlich, dass er das jetzt macht. Nee, nee, das ist eine Ehre. Hat er doch gesagt. Take your time, think about it. Okay. I will prepare everything, in case you decide to do it. Okay, okay. Thank you. Thank you. Und? Wie ist sein Gefühl? Da muss man sich genau überlegen, weil das ist ja schon, ja, was Wahnsinniges. Hier zwingt dich keiner zu irgendwas. Also, ja, natürlich cool, aber hier will keiner, ne? Ja. Da gingen viele Gedanken durch den Kopf. Ich hab mich überhaupt nicht gut gefühlt. Ich wollte am liebsten aus dem Raum raus. Ich hab gedacht, komm, Augen zu und durch. Ich mache es. Congratulations. I'm very happy you do it. Yes, really. Very happy. Well, I am very proud of you doing this. Not everybody will do it. Not everybody. You have to sit here. Dann hab ich mich hingesetzt und hab nur gebetet, dass alles gut geht. So, we're going to put you in a port here. Okay. You are perfect. Perfect. Danke. Danke. Now, I'm going to prepare everything to take out the safety and then we do the shooting. Okay. 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 Toi, toi, toi. Okay. Toi, toi, toi. Dann saß ich dort. Mein Puls war so hoch. Und ich hab gedacht, was ist, wenn sie mir in den Kopf schießt? Kein gutes Gefühl. Endlich sagt's mal einer. Was ist, wenn sie ihm in den Kopf schießt? Wo war dieser Satz die ganze Zeit? Er hat's klick gemacht. Ey, wirklich. Ich denk die ganze Zeit so, was ist, wenn sie ihm in den Kopf schießt? Ja, das wär blöd. One more to go. Ich war nervös. Ich hab gezittert. Ich hab ganz schutzige Hände und ich bin nicht mal da. Kevin. Halt still. Stillhalten. Bloß nicht bewegen. Dann hab ich die Augen zugemacht. Bitte, lieber Gott. Bitte lass alles gut gehen. Und dann hat sie den Abzug gedrückt. Fuck. Oh. Scheiße. Hast du ihr gesagt, sie sollt's spannend machen? Oh Gott. Ja. Ach, schade, ey. So nah dran am Punkt, ey. Das ist nicht dein Ernst. Ey, die Aufgabe war, der Apfel muss getroffen werden. Ey, Klaas, bitte ganz kurz. Das lag ganz sicherlich nicht an Kevin Großkreuz. Das war die Aufgabe. Und seht zu, dass das klappt. Hat die nochmal geschossen? We have to do the game. We have to do the game. No, but always like this. No worry. No, no, don't worry. We do the game. Vielleicht ist in dem Apfel ein Wurm, der sich praktisch genau in dem Moment des Schusses zu einer Seite geworfen hat und eine Unwucht im Apfel. Ah, okay. Ja, so hab ich doch recht gesehen. Das könnte sein. Klar. Ich mach gar nix, ey. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, ey. Bei mir nicht, ey. Alle die ganze Zeit wird getroffen. Nur bei mir nicht. Nur bei mir. Oh mein Gott. Tio mio, ayúdanos, que salga bien por f***. Ja, mir ging gar nichts mehr durch den Kopf, ehrlich gesagt. Dann wurde es auf einmal hektisch. Wenn, wenn, wenn er was mit der Kamera war, hat er etwas gesagt? Du hattest nicht? Nein? 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 So schnell geht das. Sie hat da nur irgendwas gemacht. Konnte das gar nicht genau sehen. Ist da von der einen Armbrust zur anderen. Hat nochmal rübergeguckt. Steht alles fest. Dass er überhaupt drüber nachdenkt, das nochmal zu machen, das ist einfach so, ich scheiß auf den Punkt. Mir wäre es ehrlich gesagt auch lieber gewesen, der lässt das jetzt. So hundertprozentig überzeugt davon, bin ich jetzt von der Funktionalität dieser Apparatur auch nicht mehr. Ich bin Kämpfer und mein Kämpferherz hat gesagt, mach es nochmal. Was ist schon mal ein paar Jahre? Ich bin jetzt von der Funktionalität. Das war auch eine Sousa. Ich bin jetzt von der Funktionalität. Und da war die Angelegenheit sicher, was man Ready? Ich bin jetzt von der Funktionalität. Ich bin jetzt von der Funktionalität. und da war die Schule. Und dann hat sie den Abzug gedrückt und es ging nur zack, 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 zack. Ja, Mann! Gerne Großkreuz, du bist ein Teufelskerl. Dass ich das wirklich getan habe, kann ich selbst nicht fassen. Aber ich bin ein Kämpfer und habe es durchgezogen. Aber nochmal, nein danke.